Hallo Leute und Herzlich Willkommen wieder zurück zu Portal 2. Yeah, es geht weiter. Auf jeden Fall. Und Wheatley verzweifelt schon, weil wir diese ganzen Rätsel lösen und er trotzdem nicht zufrieden ist. Komisch. Komisch, komisch. Wheatley Laboratories. Alles Blu-Screen. Oh nein, jetzt geht es. Und schon geht es hier weiter. Ein letzter Tremor für alle Zeit. Zwei. Ich habe ein oder zwei mehr Tremors in da, nur für Spaß. Warnung. Kör überwärts. Warnung. Ich habe jetzt seinen Job in der holster. Warnung. Warnung. Kör überwärts. Alles mögliche. Warnung. 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 So, mal schauen, zack, da. Aha, okay. So, ich muss jetzt da hin. Und so. Okay, das wird jetzt hier schön knackig mit der Rätselei. Ich muss nämlich, also ich schätze mal, das ist One-Hit-Kill, wenn ich durch die Laser durchfahre. Und ich brauche da auch noch einen Würfel, der wahrscheinlich rauskommt. So, mal schauen, was ist denn da hinten auf der anderen Seite dieser Laser? Nur ein Knopf, okay. Ja, warte, ich kann ja nur... Das Blöde ist jetzt, ähm... Ich kann ja hier nirgendwo weiter. Ich muss sozusagen hier durch. Was geht denn hier kaputt, ey? So, machen wir, schauen wir mal hier, so. Hm, und auf der unteren Ebene? Okay. So, jetzt mal da, hier schauen. Ne, okay, vielleicht ein bisschen mehr. Oh mein Gott, warte. Jetzt aber. Das ist jetzt so, sowieso. Ah, jetzt aber. Ein, äh, okay. So, jetzt muss ich das hier ausfahren lassen. So, ich muss jetzt ungefähr berechnen, wo das hier landen soll. Zack. Ja, ich glaube, das landet da drauf. Hoffentlich. Oh mein Gott, das war schon knapp. Okay, jetzt muss ich, äh... Ich kann hier... Da. Aber ich glaube, ich muss wieder zurück. Also, mal wieder die Prozedur hier. Zack, da einmal. Und... Hier. Äh? Okay, ja, ja, passt schon. So, ich muss jetzt überlegen, wie ich das mache. Ich tue das mal hier zu der Seite. Und, äh... Okay. Ich gehe mal auch zu der Seite. Oh mein Gott, das war aber knapp. So, hier den Würfelin machen und... Bleiben wir auch hier gleich. Oh! So. Wow, der war aber schon fast runtergefallen, ne? Hat aber keiner gesehen. Keiner gesehen. Oh. Ach, das schafft man schon. Das schafft man schon. Das geht schon. Auch nicht. Auch nicht. Oder was, äh, was sagt ihr denn? Hier so? Kala. Ne. So, was muss ich denn hier... Ja, 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 okay. Ähm... Warte, auf der anderen Seite? Nein. Oh, nein. Das ist nicht euer Ernst. Ich hätte von dahinten schon diesen Würfel hernehmen sollen. Verdammt. Dann, äh, nochmal hier. So, zack. Warte, vielleicht was macht das hier? Wieso kann ich einfach nicht hier die Tür... ...durchschweifen? So, jetzt müssen wir da hin, da... Oh mein Gott, das wird aber echt... Das wird echt grandios. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Oh, das wird schön. Da muss ich irgendwie... ...machen, dass, äh... ...das hier... Ne, warte, auf der Ebene, ne? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach ich das schon wieder hier umsonst? Warte, vielleicht... Ah. Na, komm. Jetzt gehen wir hier... Zack. Ne. So. Und so. Na, la, la, la. Zack, einmal hier rüber. Warte, kann ich jetzt... Ich kann jetzt so. Ich glaube aber erst mal ein bisschen, glaube ich, mehr. Zack. Dann, zack, so. Ne, ein bisschen noch. So, jetzt aber. Jetzt kann ich das verwenden. Und, zack. Oh, schick. Ne, das passt schon. Ich kann das, äh, das geht schon. So, so. Jetzt nur im Bestimmten. Okay, es ist noch nichts. Let's keep moving. Sorry about the lift. It's out of service. Because it's nothing. Was ist geschmolzen? Hab ich das richtig verstanden? Might as well, you know, give you the tour. Um, till your left. You'll see some lights of some kind. Don't know what they do. Um, but very scientific. Ja. Hauptsache, das Ganze hier geht kaputt. Ja, klar. Na ja, er ist einfach nur von der Macht besessen, die er jetzt hat, Klarus. Oh, laderbildschirm. Ist jetzt ein neuer Kapitel dran? Bin mal gespannt, wie, wie lang das Let's Play hier wird. Also die 20 wird es wahrscheinlich schon knapp. Du bist allein. Nein. Ja, ich bin nur für dich bereit. Obwohl, wer sonst will ich es für tun? Niemand. Also, wir sehen uns hier. Exit, exit, exit. Es gibt kein Exit. Wirst du mich eigentlich verarschen? Jetzt haben wir schon wieder dieses Gluck und so. Oder wir machen einfach gar nichts. Ne, okay, doch nicht. Was ist das da hinten? Ich glaube, das war... Ich glaube, das war ein Roboter da hinten. Oh, ich habe noch etwas gefunden, das erinnert mich. Ich habe eine große Überraschung für dich. Gerne, ich freue mich auf ihn. Bleibt das jetzt da hinten? Ja, anscheinend schon. So, ich muss jetzt mal schauen. Denn irgendwie muss ich ja das Ganze hier... Komm, machen wir das erst mal, die Lampe da. Warte, geht das überhaupt? Ja, natürlich. Einmal Handkübert... Oh. Oh. So ist das also. Wie soll ich das, ähm, warte. Was ist mit dem hier? Wieso funktioniert das hier nicht? Sollte ja normalerweise funktion... Ach ja. Da stehe. Wieso wird das jetzt da oben hingehalten? Was soll der Kack? Muss ich jetzt hier Schleim treten zu? Oh nein. Ne, warte. So. Ne, so. Und dann so. Das werde ich jetzt brauchen. Danke sehr. So, ich, äh... Mal schauen, wozu ich's mehr verwenden muss. Entweder für das hier. Ist das ein Countdown? Ne. Okay, gut. Ähm. Ja. Ich glaube, ich kann das auch. Ne. Das geht nicht. Oh mein gosh. Da brauche ich... Warte, kann ich da noch eine holen? Ja, natürlich. Warte, was ist jetzt? Oh, das ist blöd. Ich habe vergessen das Thema, die Spawnen dann. Ups. Ein Belita-Gen. Ich muss hier nochmal ein Spawnen. Zack. Äh, zang. Und zang. So, nehme dich einfach mal mit hier. So, zack. Gehen wir da, hier durch. Ja, ja. Willst du mich umdenken, oder? Zack. So, das hilft ja auch nichts kleiner. Coca-Cola oder Pepsi. Auf jeden Fall Pepsi. So. Ähm. So. Zack. Dann, wo ist das? Oh mein Gott. So, ich, äh. Lass das einfach mal hier so. So einen Weg machen. Und mal wieder ein Helikopter. So, der Weg ist gelegt. Ich glaube, wir könnten jetzt rüber. Hoffentlich. Swoosh. Ja. Hoffentlich muss ich jetzt nicht das Ganze nochmal von vorne machen. So, wo bin ich? Ah ja. War gerade kurz abgelenkt. Dann machen wir das da. Dann machen wir das. Und das. So. Wir legen jetzt da eine Spur. Jetzt ist die Frage halt. Wo muss ich hin? Ich muss da hinten hin. Swoosh. Okay. Gut. Da hinten ist also unser Ausgang. Ach was. Da hinten ist ja noch was. Okay. Hm. Wozu? Warte. Kann ich dann... Könnte ich dann theoretisch von hier springen? Oder warte, was? Aha. Aha. Achso. Ich dachte, das wäre was. Ne, okay. Das ist einfach nur so da. Da hinten, da unten ist auch anscheinend was. Ja. Mein Tod. Ich komme hier nicht mehr zurück, oder? Aha. Okay. Anscheinend doch wieder zurück. So. Ich muss ja schon jetzt wieder zurück. Huh. So. Ähm. Ich mache mal... Ne, warte. Wie soll ich das so anstellen? Äh. Da oben hin. Und dann dauern. Okay. Okay. Mal schauen, ob das durchdringt. Ah. Ich glaube, ich weiß, was ich machen müsste. Warte. Ja. Ich brauche... Das hier. So, ja, genau. Ich muss das hier drauf tun. Dann muss ich das da hin. Und hoffentlich funktioniert das jetzt. Hoffentlich, äh, sterbe ich nicht. Na, komm. Bitte, bitte, bitte. Ah. Oh, das war aber schon ein bisschen knapp. Ich frage mich, ob es Kuchen gibt. Ich frage mich, ob es Kuchen gibt. Also, ich frage mich, ob es Kuchen gibt. Oder ich frage mich, ob es Kuchen gibt. Oder es ist es. In welchem Fall, wow. Das ist ziemlich schade. Ja, ich habe das nicht gemerkt. Ich wurde angespritzt. So, so. Ich bin tot. Tja, ich habe es zu Tode geliebt. Es war schon ziemlich tot. Ich weiß noch damals, am Anfang, als Whitley noch ein Freund war. Ja, ja. Oh. Entschuldigung, ich habe die Impression, dass er uns zu töten wird. Los geht's! Drei mehr Schäber für deine große Überraschung! Oh, wow! Ich war konzentriert auf sein Lachen. Hä? Ach, von da haben die geschossen. Gut. Wenn es sonst nicht ist. Gut, wo kann ich die hier irgendwie ablenken? Was ist das hier? Ein Knopf. Okay. Okay. Wie man hier alles sieht. So, so. Zack. Ähm. Ähm. Ja. Das. Von der Seite kann ich es nicht. Warte. So. Das hilft mir nichts. Das hilft mir auch nichts. So. Wo. Oh. Dahin kann ich ja was hier machen. Hier ist ein Knopf für... Was ist das? Damit die Plattform hier rauskommt. Okay. Okay. Ich muss aber erstmal... Die da eliminieren. Können wir mich hier durchsehen. Ja. Ey. So nah am Knopf da und ich kann es nicht mal drücken. Eliminieren. Ja. Ich kann ja zumindest hier versuchen. Dann sind wir auf der anderen Seite. Wo kommt es jetzt? Oh. Okay. Ich verstehe. Dann haben wir das. Machen wir das da. Nein. So. Ich weiß nicht wo das dann hin. Hinten labert. Wo ich es überhaupt brauche. Hinten flubbern. Äh. Hallo. Was? So ein Geier. Äh. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es unnötig ist, was ich da gemacht habe. So. Ja. Ich glaube es hilft mir hier nichts. Oh. Hey, da wäre ich nicht tot gewesen. Ja. Da wäre ich auf der einen Stelle da gelandet. Leute. Ich beende den Part hier. Dann mach mir das im nächsten Part. Äh. Teil. Egal. Ja. Wieso stellt ihr mich auch gleich neben den Turrets hier. Also. Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Hallo. Achalllo. No.